Jungs und Mädels, ihr tanzt gerne, ihr seid aus Berlin oder Umgebung, ihr kennt die S-Bahn und ihr kennt D's Dance School, dann passt jetzt ganz genau auf. In diesem Jahr, am 10. und 11. Juli, findet das Casting zum S-Bahn Dance Camp bei uns in der D's Dance School statt. Was könnt ihr gewinnen? Fünf Tage Dance Camp pur, hier bei uns in der Schule. Meldet euch jetzt an, denn in der Jury sitzen Basti von Kissew an, Fernanda, ihr kennt sie alle noch von den Neutbanditas und jemand von der S-Bahn. Mal sehen, wer es wird.